Angelina Mörtel, Abenteuer in Charlottenburg. Also, liebe Mitbürgerinnen und Bürger, wie Sie gesehen haben, habe ich andere Haare, braun. Und da oben ist die Autobahn. Das war jetzt keine absichtliche Werbung. So, an diesem lauschigen Platze ist das Tunneleck. Wollen wir doch mal sehen. Ich habe auch schon mal einladendere jenen gesehen, aber mutig vorangeschritten. In dieser Phase braucht es Entschlossenheit und noch keine Stalagmiten, keine Drachen. Aber ein Licht, ein Licht am Ende des Tunnels. Es ist unglaublich. Das ist anders als in der Politik. Ganz und ja, ungewöhnlich. Hier lebt noch Rock'n'Roll. Das finde ich nett. Die Beschilderung ist wirklich ganz reizend. Ne, sehr schön. Und hier auch sehr liebevoll gemacht. Mit Gargäuel. Den Gargäuel. Sieht ja aus wie in Notre Dame. Guten Tag, der Herr. Sau cool. Na, das war's für heute. War mal wieder ganz schön spannend, wa? Eure Angelina. Eure Angelina.